Beyond Despair Und, ähm, ja, war tot. Ich war einfach tot. Zack. Jetzt, äh, starten wir nochmal neu und, ähm, jetzt nochmal mit, äh, Facecam und so. Dann könnt ihr mal sehen, was, äh, in meinem Herzen los ist, wenn ich dieses Spiel spiele. Und, ähm, ja. Es ist, es ist echt übel. Ich, ich sterbe gleich, ich, 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 ich sterbe gleich schon wieder. Und, äh, ich habe keine Sachen mehr. Warum habe ich keine Sachen mehr? Ich sterbe gleich wieder. Super. Ich, ich habe schon wieder nichts zu essen. Hä? Also, ich bin gestorben. Dann dachte ich, okay, jetzt mache ich die Aufnahme lieber nochmal neu. Und, ähm, ja, jetzt, äh, erwache ich zum neuen Leben und, erwache zum neuen Leben. Und, ähm, verrecke wieder. Ich verrecke wieder. Warten wir jetzt einfach, bis ich sterbe? Oder laufen wir jetzt hier noch einfach mal so ein bisschen rum? Ich laufe einfach jetzt nochmal so ein bisschen rum. Und, äh, sind jetzt hier... Was ist das hier? Ich möchte rüber. Da ist ne... Ach, da. Gehen wir einfach mal da lang. Ich bin eh gleich tot. Und wer weiß, wo wir dann wieder starten und so. Das, das muss ja auch nicht sein. Verstehe das überhaupt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin eh gleich tot. Safe Zone Oasis. Okay, es ist auf jeden Fall auch ein neues Update rausgekommen von dem Spiel. Und, äh, deswegen dachte ich mir, ja, jetzt mache ich auch ein neues Let's Play halt. Und, ähm, ja, wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Ich habe hier... Warum habe ich denn hier so ne komischen Sachen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe hier nur die Axt. Ich hatte doch beim letzten Mal viel mehr Sachen. Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Ich ver... Ich ver... Ich verstehe es nicht. Keine Sachen. Ich bin am verrecken, weil der Typ wieder Hunger hat. Jetzt gehen wir einfach mal hier runter. Und schauen wir mal, ob wir... Ich rüst mich mal lieber aus. Na, nimm doch die Axt. Womit denn jetzt nicht die Axt? Hä? Hallo? Ich möchte die Axt gerne nehmen. Ich drücke da eins. Ey. Das gibt es doch nicht. Jetzt hat er... Ey, warum nimmt er denn die Axt nicht? Machen wir die Axt halt auf die zwei. Machen wir... Hä? Da wechselt er, aber kann die nicht... Hey, verstehe ich nicht. Bug. Bug, 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 bug. Das ist bestimmt ein Bug. Alles hier. Auch mit dem... Mit dem... Ähm... Mit dem Essen. Das ist unglaublich, dass ein Mensch so viel isst. Das geht doch gar nicht. Wo... Wo... Wo müssen wir denn hier hin? Hier ist alles irgendwie zu. Hier können wir nirgendwo rein. Ich... Ja, wie gesagt, ich sterb... Ja. Schön, jetzt haben wir eine Runde gedreht. Entschuldigung. Und, ähm... Ja, super. Ganz toll. Safe Zone, ja. Wovon bin ich denn jetzt hier reingekommen? Von da hinten, ne? Ich bin ja immer im Kreis gelaufen. Hier ist ja gar nichts. Warte mal, jetzt gucken wir mal hier. M. Äh... Zoomen wir mal ein bisschen ran. Ich bin wohl hier, ne? Bin ich hier? Ich hab keine Ahnung. Einwo hier. Vielleicht sollten wir mal da in diese Stadt oder sowas. Das war ja dann... Äh... Ja, hier. Hier lang. Laufen wir laufen einfach mal, bis ich halt draufgehe. Ist das richtig? Hä? Achso! Safe Zone, da kann ich auch keine Waffen benutzen, aber wieso... Äh... Aber wieso geh ich dann weiter drauf? Komisch. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde. Essen? Mangiare. 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 Oh. Wieso? Ich weiß ja nicht. Kiste. Was war ich hier? Was ist das? Was? Was war das? Ex... Fieber. Könnte ich das bitte bitte? Wieso? Was ist... Hä? Komm, boah. Kann man denn damit machen? Gar nichts, wa? Okay, lassen wir erstmal. Muss ich wieder schauen. Ähm... Das sieht aus wie... Oooooooohh... Da geht einer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir... Boah! Alter, willst du mich verarschen? Verpiss dich. Geh weg. Geh weg. Ey. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das ist doch nicht dein verdammter Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Wo ist der hin? Wo ist der Typ hin? Ach Gott, wo bin ich denn hier? Oh, hier gibt's wieder... Ach Mensch. Hier gibt's wieder nur so eine Stickdinger, so eine Schlagstöcke irgendwie. Wir brauchen aber... Wir brauchen doch irgendwas zu essen. Essen. Das Brot hat nicht gereicht. Warte mal, hier. Ist hier noch irgendwas? Ist auch nix. Hm. Hm. Scheiße. Hier könnte ich irgendwie irgendwo... Da? Ich weiß nicht, was es ist. Guck mal gleich nach. Ich brauch was zu essen, ey. Jedes Mal. Ich brauch immer was zu essen. Jeder Folge. Ich brauch in jeder Folge was zu essen. Und irgendwie... Äh... Das Bild wird immer, äh... Ja, verschwommener. Das ist... Glaube ich ganz schlecht, irgendwie. Ich geh gleich drauf. Tut mir leid, ähm... Ich verstehe es nicht. Der Typ hat halt einfach immer Hunger. Und ich kann nichts essen, weil ich einfach nichts habe. Ich hab einfach nichts. Damit erreiche ich auch nichts. Ja, und sonst so. Ah, ich geh da einfach nochmal zurück. Ich geh einfach nochmal zurück. Ich geh hier gleich drauf und dann... Fangen wir mal wieder von vorne an. Und, ähm... Ja, jetzt hat mich irgendeiner gesehen. Aber ist auch egal. Der braucht mich eh nur noch, glaub ich, einmal schlagen. Wo ist er denn? Ich seh ihn noch nicht mehr. Hier ist alles so verschwommen. Jetzt bin ich tot. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wo bin ich? Ach, ich bin jetzt wieder in dieser Safe Zone? Es hat mich irgendeiner gesehen. Der Typ da hinten. Nee. Mealing Dog. Hä? Wo zum Teufel bin ich? Boah, alter Schwede, ey. Hier steht auch nichts. Man sieht ja gar nicht, wo man ist, ne? Das ist natürlich irgendwie blöd. Man hat eine Karte, aber man weiß nicht, wo man ist. Ich verstehe es nicht. Nee, die Karte ist auch ganz schön groß. Aber wir waren auf jeden Fall hier, glaub ich. In diesem Ding, glaub ich, waren wir drin. Da, da sind noch Häuser. Da. Da ist wohl ein Schiff. Wie? Wenn mir jetzt irgendeiner sagt, wo ich bin. Ich hör ihn irgendwie ganz leise. Wo ist der? Oh. Oh. Jetzt hat er mich gesehen. Ich glaub einfach, mach ich hier so lang. Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Läuft der mir echt noch hinterher? Ist dein Ernst? Ja. Wollte ich schon sagen. Sind wir wieder irgendwo... Irgendwelche... Oh, hab ich mich hier schon. Irgendwelche Schienen und ja. Super. Aber hier war ich, glaub ich, schon mal, ne? In irgendeiner Folge. Ähm. Ja. Ähm. Echt strange. Echt. Warte, jetzt guck ich nochmal. Also entweder bin ich jetzt, äh... Das war mit diesem Weg, ne? Wo war denn das? Oh. Was wird denn hier so hell? Oh. Äh. Äh. Nicht nochmal. So, jetzt guck mal. So, ich so mal ran hier. Und jetzt guck ich nochmal, wo ich hier genau bin. Also ich bin... Bin ich vielleicht hier? Ne, da waren so... Zwei. Ich höre irgendwelche Wölfe schreien. Alter, das geht ja echt gar nicht hier. Wo muss ich denn jetzt lang? Bäh. Wir laufen einfach mal hier lang. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Boah, alter, was ist das denn? Weg hier. Das hat mich auf jeden Fall nicht gesehen, was auch immer das war. Oh, da ist einer auf der Straße. Ich hab... Ich hab gar nichts, ne? Ich hab nichts. Null. 0,0. Den muss ich hier irgendwie umgehen. Das wird mir sonst ein bisschen zu stressig hier mit dem. Wo ist der? Der war bestimmt hier irgendwo, ne? Oh ja, da. So, jetzt schnell weg. Schnell weg. Wir laufen einfach mal den Schienen... Äh, auf den Gleisen mal lang. Oh, nee. Oh Gott, das sah gerade so aus, als ob da einer wäre. Tja. Ich weiß nicht, wo wir langlaufen. Ich hab keine Ahnung. Da sind wieder irgendwelche Stromdinger. Da wollen wir nicht durchlaufen. Kann ich hier lang? Was haben wir hier? Hier ist, glaube ich, irgendwas. Wir schauen mal. Ich weiß es nicht. Loppen wir hier. Oh. Hier ist vielleicht irgendwas. Ist das... Oh, ja. Oh, ja. Da ist einer. Und der hat mich, glaube ich, gesehen. Das wäre jetzt echt extrem schlecht. Ja, die Musik geht wieder weg. Boah, alter. Ich höre ihn aber stöhnen. Warum war ich hier gerade? Ist das das hier? Nee, ne? Ist ja wieder was anderes. Aber ich hab gar nichts. Wie soll ich denn gegen den kämpfen? Oder keine Ahnung. Wenn ich ja gar nichts habe. Jetzt gucke ich mal hier so eine Ecke. Ob der da... Oh, ja. Der steht da. Oh, ja. Oh, ja. Dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter runter. Damit er uns nicht sieht. Äh? Ist der jetzt weg? Ist das ein Lagerfeuer? Wir gehen mal zu dem... Wir gehen mal... Oh, nein. Wir gehen da nicht hin, wenn da Hunde sind. Nein. Nein, nein, nein. Wir gehen wieder hier hoch. Was ist das denn? Ist das ein Bunker? Wo ist denn der? Ich würde ihn ja da gerne mal so rauslocken mit so einer Flasche. Also ich würde so eine Flasche mal schmeißen. Und das mal ausprobieren, ob das geht. Ob es ihn denn wirklich anlockt. Oh, jetzt bin ich hier genau hinter ihm. Äh, das gefällt mir gar nicht. Das ist so strange. Was ist das? Das ist alles, was das vorher, vorher das Licht. Ich gehe jetzt einfach mal hier so lang. Ich weiß nicht, was hier ist. Aber vielleicht... Hier ist... Hier sind Kisten, aber ich kann natürlich nicht reingucken. Das ist natürlich super praktisch. Hier ist auch wieder so ein... Weiß nicht, so ein Posten irgendwie. Aber keine Kisten, gar nichts, ne? Ich kann... Ich habe ja echt gar nichts. Nix. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch nicht. Da ist nochmal ein Lagerfeuer, glaube ich. Oder das brennt denn da? Wir schauen mal nach. Was haben wir denn da? Ja, hier ist ein Feuer. Und Feuer ist eigentlich immer... Das sind eigentlich immer Kisten. Eigentlich sind da eigentlich immer so Kisten. Ähm. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ob ich hier irgendwie sowas wie einen Tunnel sehe. Dann müssen wir... Da vielleicht? Aber ich glaube nicht, oder? Schwer zu erkennen, ne? Würde ich sagen. So, wir kamen ja von da... Dann gehen wir auch da wieder lang. Oh, hier ist wieder... So was komisches. Hier sind wieder Schienen. Und da... Was ist das denn? Ist das... Ist das... Ist das... Äh... Ist das doch ein Bunker oder so, oder? Irgendwas Rundes. Irgendwas... Irgendwas Rundes, ja. Ist es das hier? Diese Dinger? Vielleicht? Diese Dinger hier. Diese Dinger hier, die. Diese drei. Da sind doch drei, oder? Da ist einer. Dahinter ist noch einer. Die sind... Die beiden sind das hier bestimmt. Das ist bestimmt hier links. In dem... Ja, doch. Da hinten sehe ich doch einen, oder? Doch, ich denke schon. Also ist das das hier. Dann. Hm. Hier ist wohl irgendwie ein See oder so. Hier links. Laufen nochmal... Gab es da aber irgendwas? Hier ist auch wieder so ein Manny-Kicken irgendwie. Vielleicht laufen wir da mal lang. Laufen... Bäh... Jetzt hält er hier fest. Ey, sag mal. Der will da nicht lang. Oh. Hier geht es steil bergab. Oh nein, was habe ich getan? Oh nein, jetzt hält ich nicht fest, oder? Oh Gott sei Dank. Oh, wenn ich da... runterfalle, dann... Bäh... Bäh... Ich... Shit. Das war... Überhaupt nicht schlau. Mist. So, jetzt bin ich ja irgendwie... Hier, glaube ich. Hier bin ich, glaube ich, jetzt, oder? Äh... Da? Das könnte gut sein, ne? Hier. Wir gehen einfach mal davon aus. Dann gehe ich mal geradeaus links diese Wege lang. Okay. Wenn es geht. Jesus im Himmel. Wir wollen ja auch nochmal, äh, hier... Na. Was essen. Ähm, ja. Boah, nee. Keine Strohwillen, Leute. Keine Strohwillen. So, wir könnten jetzt auch nach links. Jetzt müsste es nach links und rechts gehen. Dann müsste es das hier sein. Also gehen wir mal nach links. Wir gehen jetzt nach links. Und dann versuchen wir da an dieses... Das sieht geil aus, oder? Diese, diese... Weiß ich nicht. Wie nennt man das? Wie nennt man das da in, in, äh... Oh, da ist einer. Äh, da in, in, na. Wo man das sehen kann. Hier in Finnland und so. Und in, in... In Grönland. Oder in Island. Genau, in Island ist das doch. Island. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß... Nicht, wo wir sind. Jetzt ist hier irgendwie... Ich weiß nicht. Ich glaube, da will man hier hoch. Der will ja nicht hoch, ey. Warum geht der denn da nicht hoch? Hopps. Na komm. Hoch mit dir. Boah. Das ist schon nicht dein Ernst, ey. Jetzt will er hoch, hä? Na ja, gut. Ja, in Island da, ne? Diese... Ja, ist das denn nochmal? Jetzt komm ich da nicht drauf. Verdammt. God damn it. Äh, ja. Ist hier wieder so ne Safe Zone? Wir laufen dann mal einfach rein. Äh, rein? Ran? Hab mit nur ne Safe Zone. Old World. Ha, tatsächlich. Wow, Alter, Alter. Ich dachte, das ist ne Safe Zone. Alter, lass mich in... Wow. Shit, Alter, ich hau ab. Ja. Hier haben wir... Natürlich Sachen, aber... Alter, jetzt hab ich gegen diesen verkackten Baum, ey. Er läuft mir auf jeden Fall noch hinterher, ich hör ihn. Ich hör... Ist nicht dein Ernst, ne? Ist nicht dein Ernst. Geh weg. Ich weiß nicht, was du bist. Wow. 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 Ich dreh mich gar nicht um, denn ich dreh mich nicht um. Ich lad ein bisschen Energie auf, ein bisschen Ausdauer, damit ich hier abhauen kann. Ich hoffe, der lässt irgendwann nach. Wow. Boah, Leute. Was ist... Was ist das? Das ist doch hier so ein Zeppelin. Was ist das? So ein Vieh. Ein Zeppelin. Ähm. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und dann gehen wir zu diesem Zeppelin. Gehen wir. Macht's gut. Ciao.